Mit der allerhöchsten Lizenz, die man überhaupt bekommen hat, wir haben es gehört, der Klaasstra-Länder-Kenten leiten und er darf auch in diesem großen Spielen vernehmen. So qualifiziert ist er, aber kurz und so werden. Weiter, weiter. Wir schauen in den Ring. Ich habe es schon aufgebaut. Und jetzt in der roten Ecke sehen wir Felix Schmitt aus der Köln und wir sind auch im Podium, also auf Köln. Dreimal, zweimal Ringweig und der Eins. Dreimal, zweimal Ringweig. Rund, zweimal Ringweig und der Eins. Hurra, zweimal Ringweig und der Eins. Rund, zweimal Ringweig. Heißt, leid, zweimal Ringweig. ...und er unterstützt. Schönen Rund, zweimal Ringweig. Stopp, 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 stopp. Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp. Stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. 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 Kommt, Willi. Kommt, Willi. Kommt, Willi. Kommt, Willi. Kommt, Willi. Kommt, Willi. Arme. Halt die Arme oben. Wir haben uns zu strecken. Kommt. Kommt, Willi. Bleib da. Halt die Arme oben. Kommt. Kommt, Willi. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.